Willkommen zurück zu Dungeon Master. Wir werden heute hier die drei Schergen werden wir vernichten. Diese drei Schergen sind die Honeyball, der Rahmschnitzel und der Fresh Friends. Ja. Ich dachte, wir sagen jetzt einfach mal nichts. Ich wusste, ich habe ja, ich wusste, dass du mit sowas schon wieder anfängst jetzt hier, aber ich habe mich da Gott sei Dank auf die anderen zwei verlassen können. Ja, also ich mit meiner Meidentracht werde natürlich mal wieder den Dungeon Master nach dem Leben trachten. Du siehst so männlich aus. Ich bin schon ganz wild. Guckt euch mal mein Dekolleté an. Also die Titten, die sind nicht ohne hier. Also ich glaube, es geht gleich los. Titten waren mein Stichwort. Da ist er sofort bereit. Da muss ich sofort zugreifen hier. Ja, so. Ich glaube, wenn ich mein Dekoll auch war. Ja, hier ist auch noch was. Ja, nicht mehr. Tja, und das Ganze gibt es natürlich auch wieder zu sehen bei der Honeyball. Richtig, ich spiele heute den Magi und irgendwie... Stehe ich im Weg. Wind. Ah, das gibt es doch nicht Wind. Ach, hier ist Wind. Ist doch... Ach, na. Ach. Das ist doch aber zum verrückt werden. Was sag ich hier, du? Na, geh weg. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Oh, nein. Ja, oh, das... Da muss ich doch nicht reinlaufen. Ey, Basti ist mein... Ist der absolute Hass-Typ. Das ist voll unsozial von dir. Was macht... Was zur Hölle ist hier los? Wie, was soll denn los sein? Alles ein bisschen sehr eigenartig hier. Ja. Meins. Wieder eins. Das ist doch nur ein Problem, weil du voll Mainstream bist. Was lacht der da rum, ey? Ja, ich finde das schon sehr lustig, muss ich gestehen. Oh, haha, sorry. Was zur Hölle? F. Ach, das. Ha, cool. Hier, achso. Da steht nichts rum, oder was ist das? Wir sollten uns absprechen, Hanni. Ja. Warte, ich nehme es mit. Nimm es mit, nimm es einfach mit. Ach, cool, ey. Nimm's Gesicht. Achso, shit, da kann ich gar nichts machen. Ah, cool. Und hier. Verdammt, Darksday, bei mir kommt nichts. Ich nehme es wieder mit. Ja, das hatte ich eben auch, aber es hat am Ende ja doch mal funktioniert. Solange ich mich nicht wieder klone, ist alles gut. So, kommen wir durch. Auf, auf, in den Kamm. Stellt euch vor, es ist Krieg und ihr kriegt aufs Maul. Die ollen Schildmänner hier. Oh, ein Phoenix. Oh no, not the Phoenix. Ich versuche da immer immer, um die Schildies rumzuhauen. Ein Dragonsquad. Wo ist denn Frau Schild? Ach, das ist du. Ja, genau, von hinten. Ja, kein Nickel hier. Also du auskann, ihr kilt. Oh nein, verdammt. No. Haut sie alle um, meine Lieben. Nicht den Phoenix. Oh shit, oh yeah. Oh yeah. Kill it softly, with ice cream. Yeah. Tod durch ice cream. Ja. Soll vollkommen. Weiß ich ja nicht. Ja. Ach, das ist doch aber hier, ich weiß nicht, Basti hat glaube ich auch gecheatet, so wie Hanim. Wieso? Alle Dungeon Master bisher haben gecheatet. Deswegen haben wir auch Haus hoch gewonnen. Ja. Es ging so frühzeitig. Oh oh, hin von hinten, Achtung. Er nimmt uns wieder von hinten. Hins Gesicht. Ja, fress den Bambu. Ja, das mache ich am liebsten. Das stimmt. Die Bombe war gut. Vorsicht, nicht aufnehmen, was er jetzt hingestellt hat. Wo habe ich was hingestellt? Irgendwo hat er was hingestellt. Er hat irgendwo ein Fortstrop. Sehr gut. Ein Fortstrop. Da, da. Ein Fortstrop. Ja, das ist der Batrop. Ne, dieses Hühnchen dort. Dieses Hühnchen ist böse. Aber es sieht so lecker aus. Was ist ein I'm your biggest? Was ist das wohl? Na, wieder ein Ventilator. Warum wird der geheilt? Das ist eine Healing Area. Oh no, not, oh god, look behind you. Look behind you. The Great Ventilator. Look behind you. Oh shit. Oh shit, I'm fucked. I'm so absolutely fucked. Nose, oh nose. Hami. Stürben. Ach so, ich stehe dir gerade. Ja, komm mit zurück. Hier gibt es Arbeit. Okay. Und Heilung. Arbeit und Heilung. Aber du brauchst weder das eine noch das andere. Heilung? Ist das so ein chinesischer Gegner? Oh. Haha. Äh. 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 Da war ja nicht mal was dringen hier. Nehm. Oh. So, bin ich extra zurück für diese Heilungs Area und dann... Oh, ich bin erschöpft. Das hier sind Minen, ne? Hm. Ja, genau da. Ach man, der ist pullt ja die an, wo ich gerade kurz davor war, an vorbei zu kommen. Nein, 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 nein. Ach, was machst du? Also ich hab dich nochmal kurz unbesiegbar gemacht vorher. Das sollte eigentlich gereicht haben. Ja, voll weggekrittelt. Alter, ist voll weg. Mit meinem Marshmallow-Zauberstab. Das war so... Marshmallow? Mein Marshmallow. Marshmallow. Wenn du zu lange überm Feuer war. Richtig. Aber ist tatsächlich, wenn die so richtig durchgeschmolzen sind... Das suppt. Das ist... Das klebt dermaßen. Oh, Truhe. Wollte ich nochmal angemeldet haben, ne? Leben, 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 leben. Leben, 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 leben. Hier sind ein paar Typen, ne? Ja, ja, du kannst ja mal mit ihm spielen. Mach du nur, du wirst... Ich bin dabei. Ich hüpfe. Hat hier irgendjemand Heilung dabei? Ich ja. Ich hab viel. Warte, vielleicht, vielleicht können wir, aber... Ich hab Papst, ich hab Papst. Thank you. Na, warte, dann lass mich... Hier wäre eh... Ach nee, ist egal. Ein Wir... Oh, fuck, jetzt geht's hier richtig los. Oh, no, oh, no. Irgendwo ist ein Spawner gewesen und ein Bier tot. Wer ist tot? Fuck, unten... Und Ventilator wieder. Ach, das gibt's noch nicht. Warum hat er immer seine Ventilatoren hier? Alter, was ist denn hier los? Ja, seine Ventilatösen... Hier, damm, aber ihr könnt hier einfach nur rumlatschen. Das ist natürlich doof gesetzt jetzt gerade. Das muss ich selbst mal ganz offen zugeben. Ich war sehr gut darin, den ganzen Probleme zu umgehen. Ja. Das war jetzt auch ein Fail. Ist übrigens Heilung. Ist Heilung, stellt euch rein. Die sind doch schon drin, ey. Wie toll wir sind. Aber um dem mal ein Moment zu machen, es könnte schlimmer sein. Vorsicht. Ja, äh, vielen Dank. Es könnte aber auch besser sein. Das stimmt. Ich wollte es trotzdem positiv ausgedrückt haben. Frost. Aber ich lach einfach mal. Frost. Frosty Frost. Ja, lach auch mal. Frosty Frost. Oh, hier, letztendlich. Oh, guck mal, guck mal, das ist voll das Verlies, ey. Ja. Oh, ich hab den Schergen eingefroren. Ich spiel mir gerade Diablo. Ja, das sieht ein bisschen so aus. Das ist doch Diablo-Land. Und Basti ist der Diablo-Master. Sieht nur nicht ganz so düster aus. Er ist Diablo-höchster Linus. Oh, ihr biggest fan. Dein größter Ventilator. Aber süß ist auch das Vieh, was oben drauf sitzt, oder? Ja, das ist trollig. Voll gechillt, so tot. Was ist das denn hier? Achso. Wir müssen wo lang? Da lang. Lass mal hier oben lang. Oh, nach oben. Oh, nach Haiti-Bar. Nach welches oben seid ihr denn jetzt? Falsches oben. Oder links. Falsches oben, ja. Vorsicht. Das ist Absicht. Ja, aber warum, warum rennen wir denn jetzt hier lang? Ja, weiß ich auch nicht. Hier gibt's Truhen, hier gibt's Truhen, dann gibt's Leben. Ja, Truhen. Ich habe eine kleine, ah, ich habe eine Würmchen gefunden. Mach die mal die Trühe auf, ich mache. Ich mache eine Würmchen. Spielst du mit Bastis-Wurm herum? Das hast du jetzt gesagt. Ich will ja keine Eifersucht-Attacken herauf provozieren. Die schauen doch auch Kinder zu. Vielleicht. Also, ihr habt jeden Fall. Ihr kennt doch Peter, oder nicht? Da waren wir schon. Mein Hauswurm. Ja, aber der Pfeil zeigt in diese Richtung. Ja, aber, nee, der zeigt in die Richtung. Hier. Kommen wir hier nicht her? Ja, ja, genau. Ja, eben, siehst du. Ich kann meine Stirn nicht sehen. Du bist ja behindert. Was hast du jetzt gesagt? Aha. Oh, ich bin nicht schabt. Ein Würmchen, oh mein Gott! Danga! Danga, Danga! Hier, ich stelle mal hier so einen, und dann können wir den hier umkloppen. Weg ist er, Alter, weg ist er! Verdammte Axt, ey, das läuft ja. Die Gelbi ist richtig gut hier. Je, die kleinen Zauber halten jetzt aus. Schnetzel sie alle weg, du! Schnetzel sie weg! Als es mit dem hier rumgestunnen ist, ist cool. Ja, ne, das fetzt. Ja. Let it roll. Voll fetzig. Ich mach kritischen Schaden gegen Zwerge. Das ist super! Aber ich find das nicht gut, dass wir direkt so gegen Zwerge vorgehen. Ja, ich weiß, die sind vom Aussterben bedroht und so. Oh, das ist... Oh, das ist... Es gibt ja keine... Hast du diese Schafe oder so? Das... Aber irgendwie war es weg. Oh, Min. Da. Direkt hier und zurück. Zurück! Schnell zurück! Oh, lebens... Zurück! Ja, wenn man am Rand am Rand steht, dann hast du schon... Ja, was machst du denn da die ganze Zeit? Hier ist irgendwo noch ein Bierturm. Hier ist ein Schaf hier hinter. Brauchst du ja nicht, oder? Oh, oh, wo ist das? Oh, verdammt! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin nicht... Pram, hast du gerade eine Bombe geworfen? Ja. Aber die war... Die war was daneben. Nein, 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 nein! Mach den weg! Mach den weg! Mach den... Ach, verdammt, die Scheiße! Kann mich irgendwer aufheben? Ich versuch's doch schon die ganze Zeit! Ich versuche das! Ich versuche die ganze Zeit! Vorsicht, Tani! Ich hebe! Ich hebe! Ja! Und ich versmasche! Jawoll! Wir sind einfach gut! Immer nicht gut genug! Ja, es wird ein bisschen Heilung... Genau! Jawoll! Ja, das geht ja! Wir können Gedanken lesen und so... Oh, nein! Ips-Code! Das sind die mit den Schilden, aber nicht... Boom! Ah, das ist gut, das ist gut! Gonna frost your way, bitch! Yeah! Frosten und alles und... Guck mal, wie er da einfach gestunt wird! Hihihi! So ein Durstel! Er kann ja gar nix! Oh, apropos! Hahaha! Was? Ja! 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 Ich hab dich rausgehauen! Oh, ich hab nen Tisch kaputt gemacht! Sorry! Das macht dann 5 Euro! Absicht! Schaf! Oh, der Tisch! Mama! Oh, hier sind ja übeler Schafe! Lecker! Man kann die auch mitnehmen! Durch die Eben schmeißen! Ja, klar! Schaf! Phönix! 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 Basti ist der Phönix! Basti ist der... Hahaha! Verdammt! 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 Die einzige Attacke geht dann auch ins... Äh! So! Bisschen! Jetzt haben wir noch ein bisschen Gold ein, ne? Ja! Oh, hier geht's zum Boss! Hier geht's zum Boss! Verdammt! Boss! Das ist die beste Runde bisher! Ja! Wir haben, glaube ich, 4 Leben! Ja, aber das Problem ist halt, dass ihr einfach schon massig trainiert habt jetzt, ne? Ja, nee! Und die eine Folge da letztendlich ist. Gotcha! Gotcha, Baby! Gotcha! Bombe! 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 Egal! Heilung! Heilung bei ihm! Aber wer sagt der denn da jetzt gerade für böse Worte? No, I am slightly angry! Warum, warum kann ich hier die Viecher nicht töten? Oh, wir sollten uns, glaube ich, mal den Drachen annehmen. Äh, äh, ich bin tot! Ich bin tot! Eben links! Ähm... Eben links bin ich tot! Ich stell mal hier noch mal was. Kannst du, Hanni? Ich kann sie! Ich versuche, du zu beschweren! Die heilt nicht die Euphoriege! Aber wir haben doch 4 Leben! Wo haben wir die denn her? Oh, oh! Tja! Schnell in die Heilung! In die Heilung! Also Heilung ist nicht mehr! Ja, die Bombe liegt gut! Äh, wieso komme ich nicht wieder? Oh, sehr gut! Resurrection! Heilung, Heilung ist gut! Resurrection! So, ich habe die Drachen mal fast weggehauen! Oh, no, no, no! Achso, ich kann euch übrigens schneller wiederholen als für gewöhnlich! Achso, gecastet, ja! Habe ich mir einverlebt! Ich habe jetzt übrigens keinen Trank mehr! Ich auch nicht! Ich habe jetzt nur noch... Komm schon! Wir kriegen den ja wohl tot! Oh, ich bin tot! Mhm! Ich hole dich! Ich bin gefallen! Läuft! Oh Gott! Thank you! Dank der Axi! So schlägt der manchmal einfach nicht zu, der Sack! Das zuschlagen macht der nicht! Der hat auch einen Coole dann auf seine normale Attacke! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Ich bin gleich tot! Ich bin tot! Ich bin ja so eine komische Dingsbums! Heilung, Heilung! Ich laufe entgegengesetzt! Oh oh! Das wird nix! Das wird wieder nix! Kam, du musst Hanni aufheben! Ja, wie denn? He 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 he! Nicht mit mir! Oh, jetzt habe ich auch! Oh! Oh! Yes! Nein! Wieso! Das ist... Nooo! Moment! Nooo! Das ist auch so gut! Ich wollte es einfach noch ein bisschen spannend machen! Dass wir alle hier im letzten Moment scheitern! Ja, das ist halt jedes Mal so! Dabei sah das noch so gut aus am Anfang! Und dann das! Das macht dich jetzt traurig! Aber Hannibor hat noch immer die meisten bösen Lacher pro Minute! Ja, das kann keiner schlagen! Weil sie nichts anderes gemacht hat, außer zu lachen! Aber sie hat trotzdem gewonnen! Ja, aber nur um ein Pixel! Aber am knappesten! Um ein Pixel! Ja, um ein Pixel habe ich gerade gewonnen! Ach, stimmt! Stimmt! Ich habe nicht mal ein Best-Stat! Das ist so gut! Das ist so gemein! Aber du siehst am besten aus! Es ist nur... Ja, das ist mein Dekolleté! Das Schönste von allen! Absolut! Ja! Mit den drei Herrchen da noch in der Mitte! Schön! Das haben aber auch Frauen! Ich war Zivildienstleister! Das haben auch Damen! Okay! Ich muss weg! Das ist ein schönes Schlusswort! Damit grüße ich alle Frauen mit drei Haaren auf der Brust! Sie sind ein Bär! Voll männlich! Tschüss! Tschüss! Do ofs! Fro Jaros Kier!